Wie ihr alle wisst, habe ich meine komplette Toilette voll mit Chiasamen gemacht, um die gemütlichste Toilette der Welt zu machen. Leider hat das nicht ganz so funktioniert und ich musste die komplette Toilette wieder von den Chiasamen befreien, weil halt super viele nicht gekeimt sind. Allerdings gebe ich es nicht auf und weiß, was ich falsch gemacht habe. Die Chiasamen waren nämlich zu nah aneinander. Also habe ich es nochmal komplett neu gemacht und die Chiasamen nicht so nah aneinander getan. Und was soll ich sagen? Es funktioniert. Am ersten Tag dachte ich noch, dass es genauso aussieht wie vorher. Am zweiten sind dann schon die ersten gesprichst und der dritte sah richtig, richtig gut aus. Jetzt ist allerdings schon der vierte Tag und ihr werdet mir nicht glauben, wie es jetzt aussieht. Okay, klar, wir haben jetzt ein paar Lücken, weil die nicht mehr so nah aneinander sind. Aber wenn man jetzt mal hier dran geht, schaut euch das mal an. Die komplette Toilette ist am Sprießen. Hier, überall, wenn man hier runter geht, überall am Sprießen. Es funktioniert. Und wir sind jetzt gerade mal an Tag 4. Also wie wird es morgen aussehen? Momentan explodiert es einfach komplett. Ich werde euch auf jeden Fall up-to-date halten, deswegen folgt jetzt rein, um das nicht zu verpassen. Und schickt es mal einer Person.